Moin und herzlich willkommen zur 887. in Rohstoff, Tagesausgabe der Formationsdata am Donnerstag, den 13. November 2014 und der Blick auf die Rohstoffliste. Wir haben Nord-Süd-Gefälle, denn hier oben sind die Edelmetalle zwischen 0,5 Gold, ganz oben am schwächsten Palladium minus 0,3% und hier ganz unten haben wir die Energiewerte mit Gas von minus 2,3 bis zackertumhaft in minus 3,45 bei Airborne Gasolin, dazwischen Crude und Brent. Also heute wieder einmal die Energiewerte unter Druck. Bevor wir gleich auf Gold und Silber zu sprechen kommen, lassen Sie mich Ihnen ganz kurz etwas bei Euro-Dollar zeigen. Schauen Sie sich das an, wie wir hier in dieser Linie kratzen. Euro-Dollar genau der gleiche Schnack wie zum Beispiel Silber. Extrem überverkauft im Bereich einer Unterstützungszone mit dem Potenzial eine Gegenbewegung zu machen, ohne dass man jetzt sagt, ja, das ist die Trendumkehr. Über den Stunden-Chart, das ist lange Zeit her, dass wir hier auf Euro-Dollar in der Rohstoff-Tagesausgabe schauen, haben wir nämlich folgendes. Erstmal haben wir hier eine größere bullische Kaltformation, die ist bullisch aufgelöst worden, wie Sie sehen können. Und Anschluss bilden wir hier ein Dreieck und der Markt kämpft gerade. Löst er das bärisch auf, dann hat er nochmal Potenzial, hier so in Richtung dieser Schulter oder dieses Kopfes zu kommen. Wenn er unter den Kopf fällt, dann erstmal schwierig. Sollte er das kurzfristig bullisch auflösen, dann erstmal 20 Tage gehen, möglicherweise in Richtung 1,27. Der Grund, warum ich Ihnen das zeige, ist, ein ähnliches Dreieck haben wir zum Beispiel auch bei Gold. Ich hatte Ihnen gestern über den 15-Minuten-Chart, habe ich noch das Dreieck da drin? Ja, nee, habe ich schon korrigiert. Wir hatten gestern nämlich ein Dreieck, macht nichts, ich zeichne das gerne nochmal neu. Und das Dreieck sah gestern nämlich so aus. Ja genau, so sah es nämlich aus. Sie haben gesagt, mir passt dieses Dreieck nicht. Das sieht nicht sauber aus. Gestern konnte ich das nicht so gut ablesen, aber hier kann man es nämlich viel besser sehen, denn der Markt macht eine Hauptbewegung und das ist eine Konsolidierung, die er durchführt. Und jetzt war es nämlich viel besser zu erkennen mit dem, was er nämlich hier heute gemacht hat. Man muss sagen, Gold taucht hier in dieser Gegenbewegung auch unter die 61,8% Retracement-Marke und passt auch insofern dazu, als dass wir hier, sollte man sagen, das ist ja eine bullische Wimpel-Formation. Das heißt, der Markt macht eine dynamische Anschlussbewegung und konsolidiert im Anschluss in einem Dreieck, bevor es dann eine Fortsetzung ähnlich wie hier um 80% bzw. 100% nach oben geht. Das, was wir aber hier nicht haben und das bräuchte eigentlich ein bullischer Wimpel, ist ein Aufwärtstrend. Das heißt, normalerweise, so ein Wimpel kommt so zustande, Sie haben Aufwärtstrend, 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 dann gibt es wieder so einen Impuls, dann konsolidiert der und dann geht es weiter. Im Grunde genommen läuft der Markt ja hier gerade nach unten. Und deswegen, ja, ist mehr Bullisch, muss aber nicht hier 100% oder 80% nach oben machen. Wenn wir uns das Ganze über den Stundenchart einmal anschauen, was interessant ist, ist die Tatsache, dass wir hier vier Tage jetzt mittlerweile diese Bewegung konsolidieren Tag 1, Tag 2, Tag 3 und das ist der vierte Tag. Und entsprechend sind alle gleich in den Durchschnitt zusammengekommen. Und Sie sehen, per Stunden Schlusskurs lösen wir das Bullisch auf. Sie sehen hier diese langen oberen Schatten, zeige ich Ihnen auch gleich über die kleinere Zeiteinheit. Kommen jetzt nochmal zurück, Sie achten darauf, Euro-Dollar hat noch nicht den Widerstand aus dem Weg geräumt. Sollte genau dieses Hoch, was wir jetzt aktuell als Widerstand gesehen haben, wenn man es konservativ machen will, im Bereich von 1.168 Bullisch aufgelöst wird, dann hat der Markt Potenzial 1.175 und 1.185 zu machen. Sie denken bitte daran, wenn Sie das hier traden möchten, ganz kleine Zeiteinheit, denn die übergeordnete Zeiteinheit, schauen Sie sich das an, hier Widerstandszone 1.180 bis 1.200 mit der fallenden 20-Tage-Linie. Sie würden in einen Widerstand hinein traden und das geht nur, wenn Sie kleine Zeiteinheiten nehmen, immer wieder Ihr Stop-Loss anpassen und auch das richtige Instrument dafür haben. Wenn Sie nicht das richtige Instrument haben, aus meiner Sicht kann man das nicht mit K.O.-Scheinen zum Beispiel traden, wo Sie die Position nachts einfach liegen lassen müssen, der Stop-Loss nicht greift. So etwas können Sie nur zum Beispiel, wenn Sie es traden wollen, mit CFD-Stradien, wo dann auch über Nacht Ihr Stop-Loss aktiv ist und auch für Sie arbeitet. Wenn Sie sich zum Beispiel für CFD-Trading interessieren, ein Broker, mit dem wir arbeiten, ist übrigens in der Link-Beschreibung drin, nur für den Fall, wenn Sie so etwas über Nacht mal traden wollen. Da können Sie nicht einfach die Position, na gut, mal gucken, was passiert. Da kommt irgendeine Nachricht, dann eröffnet der morgen hier und dann sind Sie K.O. gegangen. Wenn Sie einen Stop-Loss haben, dann wird nämlich Ihr Stop-Loss ganz normal ausgeführt. Wenn wir aber jetzt gerade noch bei der kleinen Zeiteinheit sind, das will ich Ihnen zeigen. Genau, man kann das nämlich sehr gut über den 5-Minuten-Chart sehen. Schauen Sie, diese Konsolidierung, die haben wir schon bullish aufgelöst und Sie sehen, wir fallen hier gerade unten drunter, denn wir haben die Haupttrendbegrenzende Linie auf Schattenbasis und daran sind wir gescheitert und deswegen sage ich Ihnen, nach oberhalb der 1.180 hätte man Potenzial, das auf der bullischen Seite zu traden und wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass der hier hinläuft, ist eher deutlich geringer, als dass der hier scheitert und noch einmal eine Gegenbewegung macht. Silber, ähnlicher Schnack. Wobei bei Silber man sagen muss, diese Bewegung ist ein bisschen bullischer, denn das, was wir hier machen, ist wirklich eine blitzsaubere Wimpelformation, auch oberhalb der 61,8, Akta 50er bleibt er hier stehen, aber hier habe ich auch das Problem, dass ich nicht sagen kann, wir sind ja in einem Aufwärtstrend, das heißt Hauptbewegung, Nebenbewegung, Hauptbewegung, Nebenbewegung, Hauptbewegung, Nebenbewegung, Hauptbewegung, Nebenbewegung, nächste Hauptbewegung, sondern der Trend ist abwärts gerichtet, wie Sie sehen können und deswegen habe ich auch ein Problem zu sagen, der wird definitiv da oben hinlaufen. Mit dem Stundenschlusskurs oberhalb dieser Zone um die 15,80 ist das erste Ziel 15,90, dann die nächste Zone 16,20 und wenn er richtig Gas geben will, 16,40, 16,60 sind die Ziele und man muss dazu sagen, diese gleitenden Durchstürde, die zusammenkommen, die deuten dann, dass zumindest über den Stundenchart irgendetwas kommen sollte. Wenn das bärisch aufgelöst werden sollte, 15,50 und dann die nächste Zone 15,20, schon eine erste sehr, sehr große Unterstützung und die nächste natürlich im Bereich von 15 Dollar. Was haben wir noch nicht? Palladium, muss man sagen, hat jetzt gestern am Ende nicht geschafft, die 20-Tage-Ninie zu überwinden, auch heute schaffen wir es nicht. Wir machen hier zwei lange obere Schatten, da muss man vorsichtig werden, aber nicht die Position wegwerfen und sagen, oh um Gottes willen, verdammt, das war jetzt doch ein Fake, wir sind reingefallen, schnell weglaufen. Nein, wir haben Setup getradet, wir traden weiter unser Setup, das was wir machen ist, wir passen unser Stop-Loss an, wir haben kaum Risiko in diesem Trade, gucken wir was passiert. Ob der die Kraft hat, nochmal über die 220 Tage-Ninie drüber zu gehen, das was er hier gerade macht, ist relative Schwäche und wenn er es nicht schafft, ist nur ein Trade. Wenn er es schafft, man muss sagen, bullische Bewegung sieht auch aus wie eine Konsolidierung, ich weiß nicht, ob er dann die Kraft haben wird, hier in Richtung unserer Zielzone zu laufen oder nicht, das lassen wir ganz entspannt auf uns zukommen. Bei Crude hatte ich Ihnen gestern gesagt, das möchte ich Ihnen noch ganz kurz zeigen, dass wir hier, ich will Ihnen das noch nicht zeigen, sondern ich will Ihnen einmal kurz den Stundenchart zeigen, hatte ich Ihnen gesagt, ja gucken Sie mal, das ist so ein Doppeltop, da hat er hier so eine Gegenbewegung gemacht und dann kam hier diese Gegenbewegung, also diese Gegenbewegung und dann kam Stärke rein über die kleinere Zeiteinheit, das war so die erste Zielzone und möglicherweise darüber hinaus, aber das kann man ja nicht traden auf der falschen Seite einer Bärenflagge. Bärenflagge, Stange, massiver Abverkauf, konsolidiert in einem leicht aufwärtsgerichteten Trendkanal und der Bruch führt normalerweise eigentlich dazu, dass der dynamisch nach unten ausverkauft wird, in diesem Fall bleibt aber die Dynamik aus, sondern der testet einmal und zweimal diesen Widerstand und wird dann im Anschluss ausverkauft. Ist eigentlich typisch spätbärisch, macht trotzdem seine bärische Bewegung und jetzt im übergeordneten Stundenchart-Blick, nicht Zeitfenstein, im übergeordneten Blick auf den Stundenchart, könnte das hier eine bullische Keilformation sein. Boden, greifen wir nicht, brauchen wir nicht. Wenn er das hier bullisch auflöst, über die 200-Stunden-Linie geht, nachhaltig, dann kann man gucken, ob der Potenzial hat auf der Oberseite oder nicht. Der Tageschart ist schwach, hat eine Verkaufsformation, ist überverkauft, ist im Bereich einer wichtigen Unterstützungszone, aber jegliche Gegenbewegung, so wie bei Silber und Gold auch, sollte noch einmal zumindestens hier in diese Richtung führen, zumal der Wochenchart nach wie vor extrem schwach aussieht. Was bleibt mir noch Ihnen zu sagen? Klar, jeder Trade, der man eingeht, hat einen Prozess, den man durchlaufen muss. Man muss sich überlegen, was ist die Wahrscheinlichkeit? Ist steigend wahrscheinlicher oder ist fallend wahrscheinlicher? Okay, wo will ich reingehen? Wo will ich meinen Stop-Loss hinsetzen? Was ist meine Zielzone? Passt das denn eigentlich vom Chancen-Risiko-Verhältnis oder nicht? Und da muss man überlegen, okay, wie viel will ich riskieren? Um all das berechnen zu können, müssen Sie natürlich auch einen Stop-Loss haben. Also Tayden ist nicht, der hat gesagt, das steigt, kaufe ich. Tayden ist auch nicht, der sieht aber schwach aus, der muss immer wieder steigen, kaufe ich. Oder, oh, der ist aber schon lange gestiegen, der muss wieder fallen. Oder, ach, der sieht ja ganz stark aus, kaufe ich. Nee. Wahrscheinlichkeiten, Money-Management, Risiko-Management. Es ist ein Prozess, bis man einen Trade eröffnet und dazu gehört es, dass Sie einen Stop-Loss haben. Wenn Sie keinen Stop-Loss haben, ist das ganze andere, was Sie sich überlegt haben, vollkommen ad absurdum gefühlt. Also, Tayden Sie bitte, wann immer Sie traden, mit einer vernünftigen Positionsgröße und vor allen Dingen, Tayden Sie bitte immer mit einem Stop-Loss. Haben Sie besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie mögen, morgen DAX-Ausgabe, dann die schriftliche Volksausgabe. Wir schauen dann auch wieder auf Euro-Dollar. Sehen wir uns für Sie da zum Wochenende mit einer neuen Ausgabe zu den US-amerikanischen Indizes. Und selbstverständlich gibt es am Wochenende wieder unsere Rohstoff-Wochenend-Ausgabe. Sind Sie ganz herzlich eingeladen, dabei zu sein. Würden Sie uns eine große Freude machen. Bleibt mir nur noch eines zu sagen. Mein Name ist Hamidus Nasari und ich wünsche Ihnen, dass Sie hoffentlich alle, alle, alle gesund bleiben. Und wenn Sie mögen, bleiben Sie uns Formationstradern doch bitte gewogen.